Nach langem Hin und Her und stündlichen Standpunktsänderungen bezüglich eines Wechsels oder eines Verbleibs von Harry Kane ist der Transfer zum FC Bayern München nun offiziell. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft verlässt die Premier League, um endlich die ersten Titel in seiner Karriere zu gewinnen. In diesem Video analysiere ich ihn und inwiefern er zu den Bayern-Untertrainer Tuchel passt. Lange war ich der Überzeugung, dass Bayern unbedingt eine echte 9, wie es Kane natürlich ist, braucht. Gerade unter Nagelsmann, der sowohl bei Leipzig als auch bei Hoffenheim gerne und erfolgreich mit einer richtigen 9 spielen ließ, sei es jetzt Sandro Wagner oder Josef Paulsen bzw. Patrick Schick. Wie wichtig diese in einem System gerade gegen tiefstehende Gegner ist, sah man vor allem, als dann Shubo Moteng dort gespielt hat unter Nagelsmann, Gegner gebunden, Räume kreiert und als Wandspieler die Bälle vorne festgemacht hat. Das hat hervorragend funktioniert, obwohl er qualitativ natürlich nicht ganz so stark ist wie ein Lewandowski oder Kane, aber oftmals ist er fit, also ob ein Spieler in ein System passt von seinem Profil her, deutlich wichtiger wie seine reine Qualität. In Tuchels Amtszeit hingegen, also nach der Entlassung von Nagelsmann, war Shubo Moteng quasi dauerhaft verletzt und Bayern hat sich sehr schwer getan. Allerdings frage ich mich, ob dies grundsätzlich an der fehlenden 9 vorne drin lag oder nicht, denn wenn man sich mal historisch die Teams anschaut, die Tuchel trainiert hat, so war da nie ein ganz klassischer Stürmer dabei, außer ganz am Anfang bei Mainz mit Adam Soloi. Denn bei Dortmund war es meist Aubameyang, bei PSG, Mbappé oder auch mal Neymar, bei Chelsea zunächst Werner bzw. Havertz, immer mal so im Wechsel, mit denen er auch erfolgreich war und dann kam eben Lukaku, der im Vergleich zu seinen Stürmern bei den Topclubs einer klassischen 9 noch am ähnlichsten ist, aber halt überhaupt nicht reinpasste und dann wieder abgegeben wurde. Daher habe ich grundsätzliche Bedenken, ob Tuchel mit einer echten 9 überhaupt umgehen kann und wollte dies zumindest mal erwähnen, wenn gleich Tuchel andererseits taktisch recht flexibel ist und ihn in irgendeiner Weise einbinden sollen könnte. Denn Harry Kane beschränkt sich auch keineswegs auf seine Torjäger- und Zielspielerqualitäten. Er hat ein sehr gutes Hold-up und Link-up-Play und lässt sich so häufig zentral fallen, um dann seine Flügelspieler in Szene zu setzen bzw. in die Tiefe zu schicken durch sein gutes Passspiel, wovon gerade ein Gnabry echt gut profitieren würde. Gerade das könnte aber auch problematisch werden, da es Kane eben nur gewohnt ist, in Umschaltmannschaften mit weniger Ballbesitz zu spielen, mit der englischen Nationalmannschaft und Tottenham, bei denen er quasi seine komplette Karriere verbrachte. Die Umstellung auf das Bayern-Spiel traue ich ihm aber zu, denn auch unter Pochettino hatte man damals einen Spielstil mit mehr Ballbesitz und das war ja quasi auch so mit die erfolgreichste Zeit der Spurs. Bei Bayern müsste er sich halt insofern umstellen, dass er sich gerade gegen tiefstehende Gegner nicht allzu arg fallen lässt im hohen Ballbesitz, sondern die Box vorne drin besetzt und dort präsent ist, vor allem für Flanken. Ansonsten ist er auch sensationell in der Gegnerbindung, um dadurch Räume für seine Mitspieler zu öffnen, wovon vor allem die Spielsteigen Musiala oder auch ein Sané profitieren könnten. Insgesamt bringt Kane dem FC Bayern sportlich nur Vorteile. Sein Alter spielt dabei keine Rolle, da er nicht auf seine physischen Fähigkeiten, sprich sein Tempo angewiesen ist und er wie viele andere Stürmer noch lange in die 30er Jahre hinein auf Top-Niveau performen kann. Finanziell lehnt man sich schon aus dem Fenster, wenn man sein Alter und die Restlaufzeit seines Vertrags von nur einem Jahr bedenkt. Dennoch könnten bei dem Transfer alle Parteien profitieren. Bei Bayern hängt es halt so ein bisschen davon ab, ob er einschlägt, was ich aber für relativ wahrscheinlich halte, aufgrund der bisher genannten Gründe. Für die Bayern garantiert er nämlich Tore und hebt sie ein Level nach oben, gerade was die Champions League betrifft, gegen die absoluten Top-Gegner. Für Kane selbst könnte es die lang ersehnten Titel bedeuten und Tottenham wird ihn für einen finanziellen Segen los, gerade wenn man bedenkt, dass er gar nicht mal optimal von seinem Spielstil in die Spielweise und das System unter Neutrainer Postekoglu passt. Letztendlich freue ich mich einfach auf so einen Star in der Bundesliga und mal schauen, wie er so einschlägt. Das war jedenfalls meine Analyse und meine Einschätzung zu ihm und zu dem Transfer zu den Bayern. Lasst mich liebend gerne eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren wissen. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Schreibt es gerne rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!